1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50 Jo meine Lieben, schön dass ihr da seid, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio Das angekündigte Thema für heute Abend, das verschieben wir auf später Wir machen heute Abend die Sendung auf, frei für alle Themen, die euch interessieren, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt Also freie Themennacht, nochmal die Telefonnummer, wenn ihr mich hier live im Radio, im Fernsehen anrufen wollt 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian.wdr.de Die erste heute Nacht heißt Tanja und Tanja ist 18 Jahre alt Hallo Tanja Ja, hallo Domian Hallo Tanja Um was geht es bei dir? Bei mir geht es darum, ich habe mitbekommen, wie meine beste Freundin und mein Freund zusammengeschlafen haben Die beste Freundin und dein Freund Ja Das ist ja mit das mieseste, was es gibt, ne? Ja, das Schlimmste, was man so miterleben kann Du hast das mitbekommen? Ja, ich lag daneben Du lagst daneben? Ja Wie ergab sich die Situation? Also, meine beste Freundin sollte bei mir schlafen Und mein Freund hat sich an dem Abend mit meinen Eltern gestritten Kam dann später zu uns Und wir waren alleine, meine Eltern waren auf Reise Und dann, ich war sehr müde an dem Abend Ich hatte vorher mit ihr auch Rotwein getrunken und da war noch sehr viel übrig geblieben Dann bin ich ins Bett gegangen Und die waren alleine Ja Die haben weiter Rotwein getrunken, haben sich ein bisschen noch unterhalten Ich habe aber die Gespräche mitbekommen Ja Und ich bin dann irgendwann ein bisschen müde geworden Hab also ausgeschaltet und hab versucht zu schlafen Da lagst du in deinem Bett? Ja, in meinem Bett Und du hörstest das noch, wie die beiden in einem anderen Zimmer miteinander geredet haben? Oder in deinem Zimmer? Nee, in deinem Zimmer In deinem anderen Zimmer Ja, und dann so nach ungefähr einer Stunde war das Kamen die dann dazu Und haben sich dann neben mich gelegt Meine Freundin hat noch versucht mich zu wecken Ach, die kamen dann in dein Zimmer, in dein Bett? Ja, ich habe im Ehebett von meinen Eltern geschlafen Ja Und die haben sich dann dazu gelegt Ja Und dann habe ich noch Also die haben mich geweckt Und ich habe so getan, als ob ich schlafen Und dann, ja, und dann haben die wohl gedacht So nach einer Stunde Also ich blieb aber die ganze Zeit überwach Weil ich hatte schon so ein Gefühl, ich weiß nicht Und so ungefähr nach einer halben Stunde, Stunde Habe ich gemerkt, wie das Bett sich am Also wie das Bett sich bewegt hat Und da ging es unter der Decke bei denen ziemlich ab Das ist ja unglaublich Wer lag denn direkt neben dir? Dein Freund oder die Freundin? Am Anfang mein Freund Also so nach 20 Minuten, halbe Stunde Also meine Freundin Und dann haben die in deiner Anwesenheit Das ist ja super dreist Die haben in deiner Anwesenheit Sex miteinander gehabt Und ihr lag zu dritt im Bett Ja Und du hast alles mitgekriegt? Ich habe alles mitgekriegt Alles mitgekriegt Und die haben versucht, leise zu sein wahrscheinlich Ja Waren aber zu blöd Zu bedenken, dass man das natürlich auch durch Bewegung mitbekommt Zum Beispiel Genau Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Also ich kam mit 16 mit ihm zusammen Also schon eine ganze Weile Jetzt bist du 18 Ja, zwei Jahre Und die beste Freundin, ist das so eine alte Busenfreundin von Kindergartenzeiten? Ja, kann man so sagen, von Grundschule ab So, jetzt stelle ich mir die Situation für dich grauenhaft vor Du liegst da im Bett und kriegst mit Direkt 20 Zentimeter neben dir Haben die Sex miteinander Erstmal finde ich erstaunlich, dass du so lange ausgehalten hast Und das hast du über dich ergehen lassen Warum bist du nicht dazwischen gegangen? Ich war in dem Augenblick auch ziemlich Ich war am weinen Aber leise vor dich hin Ja, sehr leise Also mir ließen nur die Tränen runter Und ich habe in dem Augenblick nur noch gedacht Was machst du jetzt? Was tust du jetzt? Aber ich hatte so Angst, irgendwas zu sagen Auch, dass ich den verliere Ja, und wie ist es dann? Hast du dann, nachdem die miteinander vollendet hatten Ihren Akt Hast du dann was gesagt? Oder hast du so weitergetan, als würdest du schlafen? Nee, ich habe so weitergetan, als ich schlafe Dann bin ich aber aufgewacht Habe mich ins Wohnzimmer gesetzt Da waren die aber schon am Schlafen Und dann habe ich eingeraucht Und war dabei voll am Wein Und dann bin ich irgendwann wieder ins Bett gegangen Ganz früh Ich habe mich hingelegt Und so zwei, dreizehn Tage später Habe ich erstmal nur Andeutungen gemacht Moment Das heißt, du bist dann wieder ins Bett gegangen Bist eingeschlafen Und am Morgen seid ihr zu dritt aufgewacht? Nee, am Morgen war meine Freundin schon weg Da war ich mit meinem Freund allein Und da hast du auch noch nichts gesagt zu deinem Freund? Nee, er war schon sehr komisch Ja Also er hat mich nicht geküsst Oder irgendwas mit mir gemacht War ganz stur und sehr wütend irgendwie auch Wütend? Ja, ich weiß aber nicht, worüber So, und nach ein paar Tagen Hast du dann erst eine Andeutung gemacht? Ja, da hat er aber nichts Da hat er gelacht Also meine Andeutung war so Ja, eine Freundin von mir hat mir mal sowas erzählt Und so, da hat er nur gelacht Ja, so ein Schwachsinn Die Freundin, die das gefahrt, das Feuer hat und so Und wer ist die Freundin? Wie lange liegt diese Aktion, diese Tat, sage ich mal, zurück? Wann war das? Also von heute an, oder wie meinst du? Ja, ungefähr Ja, zweieinhalb Wochen Zweieinhalb Wochen So lange aus, Tanja Das ist ja wirklich unglaublich Ja, das ist auch Ich weiß nicht, was ich machen soll Du hast seitdem deinen Freund wahrscheinlich ganz oft gesehen Jeden Tag oder so? Ja, jeden Tag Und deine Freundin mit der telefonierst du auch? Oder siehst du auch sehr oft? Ja, die habe ich jedes Wochenende jetzt gesehen Und ich telefoniere Ist die denn auch irgendwie ein bisschen distanziert zu dir? Ja, sehr Das heißt, die hat vielleicht auch ein schlechtes Gewissen Ja, ich mag das auch Glaubst du denn, dass das jetzt so eine einmalige Geschichte ist? Oder hast du die Vermutung, dass da schon länger was läuft zwischen den beiden? Ich glaube, da läuft schon länger Wenn nicht sogar von Anfang an Wieso hast du die Vermutung? Ja, also ich hatte es schon immer so Er ist sehr eifersüchtig Und er sagt, ich soll immer zu Hause bleiben Ich darf nicht weggehen Ich darf nichts machen von ihm aus Und dann fällt mir aber andererseits auf Dass er viel dafür mit meiner Freundin unternimmt Ja, deshalb warst du auch schon misstrauisch Als die dann ins Bett kamen Und hast du gerade gesagt Dass du irgendwie so eine Ahnung hattest Ja Ich finde, Tanja Dass du das auf keinen Fall länger verschweigen darfst Ich finde, dass du das auf den Tisch legen musst Dass du ihn damit konfrontieren musst Dass du sie dann Ich habe ihn ja schon mal damit richtig konfrontiert Ja, aber so richtig auch nicht Du hast gerade gesagt, du hast so Andeutungen gemacht Nein, nach zwei, drei Tagen Habe ich die erste Andeutung gemacht Und danach habe ich den Nach ein paar Tagen daraufhin Habe ich den dann richtig damit konfrontiert Ich habe gesagt Achso Ja, ich habe den das gesagt Ich habe gesagt, ich lag daneben Ich war wach Ich habe es mitbekommen Achso Das tut mir weh Und dann bin ich auch zusammengebrochen vor ihm Und habe angefangen zu weinen Er meinte, nein, du spinnst Und du hast dir das doch nur ausgedacht Das bildst du dir ein Wie kannst du so bei deine beste Freundin Und über mich urteilen Aber du bist ganz sicher, dass es so war Ja, das war Du bist ganz sicher Ja Also wenn der das jetzt abstreitet Lügt er Ja, er lügt Definitiv lügt er Er lügt definitiv Warum hast du sie noch nicht angesprochen? Bei ihr Das fehlt mir Ich weiß nicht, wie ich ihr das erklären soll Wie ich ihr das sagen soll Indem du einfach sagst Pass mal auf Ich war wach Ich habe alles mitbekommen, was ihr gemacht habt Ein Satz Ja, das stimmt Ich glaube, du hast doch ein bisschen Angst, ne? Ja, sehr Also es ist mein erster Freund gewesen Und jetzt zwei Jahre Wir haben vor, zu heiraten Und wir gehen jetzt in die Runde Wo wir mit der Verlobung jetzt anfangen wollen Eine große Verlobungsfeier als Erster Vorsicht Vorsicht Ja Jetzt aber wirklich nicht zu bestürzen Wenn das Vertrauen jetzt so elementar erschüttert ist Wird hier nicht verlobt? Nee, nee, habe ich mir auch schon gedacht Das lebe ich Das jetzt kommt auf gar keinen Fall Vor was hast du Angst? Vor deiner Freundin Deiner Freundin das zu sagen Ich habe Angst einfach die Leute Die mir jetzt im Augenblick Die mich sehr unterstützen Das sind wirklich diese zwei Personen Denn meine Eltern sind im Augenblick viel auf Reisen Und viel alleine Und dass ich die zwei Genau die zwei Die ich am meisten jetzt auch im Augenblick brauche Dass ich nicht verliere Aber Tanja, du musst dir auf der anderen Seite vor Augen führen Dass genau diese beiden Leute Die dir so nahe stehen Offensichtlich etwas ganz Schlimmes gemacht haben Nämlich dein Vertrauen elementar missbraucht haben Und vielleicht nicht einmal nur Sondern schon länger Und ich finde das wirklich Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion Ich finde das so schlimm, was die gemacht haben Und dann auch noch neben dir Im gemeinsamen Bett Das ist unter jeglicher Diskussion Und das muss man nur Aufs Heftigste und Schärfte verurteilen Ja, aber du mir dazu Muss ich jetzt auch was sagen Ich bin sehr streng erzogen worden Ich bin Muslimin Vom Glauben her Und also der Junge Darf mich wirklich nicht mal richtig anfassen Sagen wir das mal so Und von daher gebe ich mir auch Irgendwie die Schuld Die ist Deutsche Und die ist nicht so streng Vom Glauben her Und sie war schon früher Keine Jungfrau mehr Nein Okay Das ist natürlich deine Haltung Dennoch finde ich Hat er die Hauptschuld Entweder lässt er sich Auf jemanden ein Wie du es bist Mit deiner Moral Mit deiner Anschauung Und da muss er sich dran halten Oder er Sagt eben Ich kann nicht mit einem Mädel Zusammen sein Die halt sehr streng erzogen ist Und die auch keinen Heißt das, dass ihr noch nie Meneinander geschlafen habt? Ne, noch nie Ja, gut Aber das ist dann Da muss er es für sich Halt auch entscheiden Dass das nicht geht Er darf nicht so ausweichen Und so aus dem Ruder laufen Also Natürlich kannst du darüber nachdenken Ob das für dich der richtige Weg ist Ich finde, dass es nicht der richtige Weg ist Aber das ist eine ganz andere Diskussion Aber ich finde, das sind zwei verschiedene Themen Hier geht es darum Das ist auch meine Meinung Bitte? Das ist auch meine Meinung Dass es so nicht weitergehen lassen Genau Genau Also Und dann finde ich es auch irgendwie So heftig von ihm Dass er Dass er dich Dass er dich als Spinnerin darstellt Dass du das irgendwie dir eingebildet hast Und ich glaube es dir schon Wie du es jetzt beschrieben hast Dass du alles mitbekommen hast Ja Also Wenn das auch jetzt sehr hart für dich ist Würde ich dir sehr dringend empfehlen Dass du mit beiden Leuten So Klartext sprichst Dass es vielleicht sogar zum Bruch führt Ich könnte meiner besten Freundin Oder meinem besten Freund nicht mehr vertrauen Wenn sowas passiert wäre Der oder die wäre für mich Wirklich vom Tisch Da würde gar nichts mehr gehen Und wenn mein Partner Oder meine Partnerin So etwas mit mir machen würde Wäre der Ofen auch aus Das stimmt Ich denke auch Vielleicht liegt es daran Aber das ist schon auch lange her Da war ich elf Und da hatte sie einen Freund Aber ich meine mit elf Versteht man sowieso nicht Was man macht Da habe ich mal ihr Freund geküsst Ach Und dass es vielleicht auch daran liegt Nein Also A ist das Schnee von gestern Und B rechtfertigt Eine unrechte Tat Nicht die andere unrechte Tat Weißt du Ja Also so muss man es sehen Ich finde das Dass du zu Zu Ja Zu Zu vorsichtig an die Sache rangehst Und dir auch zu sehr selbst die Schuld gibst Das was man da mit dir macht Ist wirklich ganz schlimm Und da hast du alles recht der Welt Zu sagen So nicht Das stimmt Ja Ich möchte dass du noch ein paar Worte Mit meiner Psychologie sprichst Okay Weil du doch ein bisschen unsicher bist Und dann könnt ihr vielleicht noch ein bisschen gemeinsam beraten Wie du es angehst Okay Okay Danke du mir Alles Gute Alles Liebe Tanja Mach so weiter Deine Sendung ist echt toll Dankeschön Sehr nett von dir Tschüss Schönen Abend Tschüss Dankeschön Tschüss So meine lieben Hinweis auf Samstag Samstag ist ja nun schon wieder übermorgen Und ich habe prominenten Besuche im Studio Nämlich Nadl ist hier Nadja Abdel Farag Und wenn ihr gerne mit Nadja oder Nadl sprechen wollt Dann meldet euch über domian.wdr.de Meldet euch an Schreibt in die Mail eure Telefonnummer Und kurz vielleicht was ihr mit Nadl besprechen wollt Oder was ihr sie fragen wollt Und dann sind die Chancen unter Umständen gar nicht so schlecht Dass wir euch in die Sendung schalten Samstag Um Samstag im WDR Fernsehen Hier im WDR Fernsehen Um Viertel vor zwölf geht es los Mein prominenter Gast Nadja Abdel Farag Kurz Nadl Christoph 21 Jahre alt Hallo Christoph Ja hallo grüß dich Ja schön dass du da bist Ja sehr gut Ja ja Um was geht es Ich bin ziemlich aufgeregt Ich sage immer worum es bei mir geht Und zwar ich bin im Zivildienst sexuell misshandelt worden Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her Das war in der Nacht vom 22. auf 23. März 2004 Ich habe mein Zivildienst geleistet in einem großen Behindertendorf Und zwar in einer Gehörlosenabteilung dort Ich war in einer Gehörlosenwerkstatt tätig Wo Gehörlose, Erwachsene Gehörlose Zigarillos gedreht haben Und war eigentlich im Fahrdienst eingesetzt Um die Zigarillos dann zur Firma weiter zu bringen Die Zigarillos also Zigarren Ja spielt auch jetzt keine große Rolle Ich habe jedenfalls auch offen schwul gelebt in dieser Dienststelle Und unter den ungefähr zwölf Gehörlosen die ich mit heute habe Waren auch ungefähr zwei Wahrscheinlich drei oder vier Schwule sogar Und die haben halt immer mit ihrer Gebärdensprache So sexuelle Anleitungen auch gemacht Anal und oral Und was man alles so mit den Fingern darstellen kann Die haben sich ausschließlich so verständigen können Also ich habe das mehr so lustig empfunden Und naja, habe einfach gedacht Ich lasse die das einfach mal machen Habe das nicht ernst genommen Aber die, meine Vorgesetzte Die hat mich damals schon gewarnt Ich sollte doch unbedingt rechtzeitig denen die Grenzen aufzeigen Weil das sonst gefährlich werden könnte In welchem Alter waren die? Ja die waren alle über 30 Ah ja Der Älste war wohl so über 50 Dieses Vorgesetzte Die hat das ehrenamtlich gemacht Die war schon über 80 Jahre alt Und da habe ich einfach gedacht Die ist halt so ein bisschen prüde Und die Einrichtung auch so ein bisschen kirchlich geprägt Und da habe ich immer gedacht Wenn die mich halt vor den Gehörlosen jetzt warnt Vor den Schwulen Dann ist das so ein bisschen homophob angehaut wahrscheinlich Darum habe ich die Gehörlosen immer noch in Schutz genommen Und das war eigentlich ein ziemlich großer Fehler Ja Was ist denn dann passiert? Also Ende März letzten Jahres war das Dass mein Fingernkollege Mit dem ich mein Zimmer geteilt habe Im Urlaub war Und ich also mein Zimmer ganz alleine gehabt habe Und das haben die ganz bitter ausgenutzt Und dieses Zimmer war in dieser Einrichtung? Ja es ist ein großes Behindertendorf gewesen Und da gibt es auch Zivi-Wohnheime Und in einem von denen habe ich auch gewohnt Einer von den Schwulen Gehörlosen Hat beim Hausmeister dieses Bereichs auch ausgeholfen Und das durch Zugang zum Flüsselkasten gehabt Und so erkläre ich mir das Dass die dann in mein Zimmer eingedrungen sind Das heißt du warst allein in deinem Zimmer? Ja genau Und irgendwann kamen Wie viele kamen rein? Genau Also mindestens zwei Sie kamen rein, haben mich bevor dem Schlaf überwältigt Und als ich wach geworden bin Hatten die mich quasi mit eingeholter Bettwäsche Schon an Händen und Füßen gefesselt Und wollten dann quasi alles mit mir machen Was man so machen kann Jetzt hatte ich ein bisschen Glück gehabt Ich war an dem Abend auf einer Feier gewesen Bin dann recht spät nach Hause gegangen War noch angezogen Hat also zumindest noch Polohemd an und Jeans und so Und die konnten nicht sofort jetzt sich herüberkehr machen Die wollten schon an meinen Gürtel ran und so Ich konnte mich auch nicht wehren, weil ich schon gefesselt war Aber weil ich schon gefesselt war an Händen und Füßen Konnten die mir jetzt auch schlecht das Polohemd ausziehen Oder die Hose ausziehen Hätten die mich jetzt losbinden müssen Und darum ist es dann halt in Anführungsstrichen nur dann zum Aber immerhin zum Oralenverkehr gekommen Also es ist eigentlich schon ziemlich schlimm gewesen Ja Moment, ich muss mir verstehen Du liegst da gefesselt Ja Auf dem Bauch? Auch nee, auf dem Rücken Auf dem Rücken Meine Füße waren zusammengebunden Und meine Hände waren auch zusammengebunden Ja Aber ich war noch zum Glück an dem Abend in ganzen Kermotten ins Bett gegangen Ja Die konnten mich also nicht mehr so einfach ausziehen Habe ich verstanden Ja Ich will mir nur gerade vorstellen, wie das mit dem Oralenverkehr ist Das heißt, Sie haben dich in deinen Mund penetriert oder was? Ja, also die haben mich festgehalten Der eine hat mich, die Wagen wogen beide bestimmt um die 100 Kilo Und ich selber bin eher schlank Und also allein schon dadurch, dass das eine sich auf mich drauf gesetzt hat Hatte der andere quasi freies Spiel Ich konnte mich gar nicht mehr richtig erregen Hast du geschrien? Also ich wusste in dem, in der Woche war eigentlich niemand da, der mich hätte hören konnten Und das wussten die auch zudem Die Leute, die da gewohnt haben, waren teilweise auch gehörlos Das waren nicht nur Zivis Und daher ist das Schrei natürlich erst recht nicht Ja Ja, ja, ja So Die sind also, der eine von beiden ist zweimal oralimlich eingedrungen Der andere einmal Ich meine, es sei noch ein dritter dabei gewesen Aber die haben ja auch die Augen quasi so verhalten, dass ich gar nicht viel mitgekriegt habe Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange das ungefähr gedauert hat Es kann eine halbe Stunde gewesen sein, kann auch 75 Minuten gewesen sein Ich hatte ganz, ganz viel Angst jedenfalls Und ich lag eigentlich in der ganzen Nacht dann wie ein Häuflein elend einfach da Sie haben dich dann doch nicht versucht, irgendwie doch noch auszuziehen Nee, die sind einfach mehrmals in meinen Mund eingedrungen und haben auch abgespritzt Ich fand es ziemlich widerlich Die Zeitspanne weißt du nicht mehr so genau Irgendwann sind sie dann alle zwei oder drei Männer Du weißt nicht mehr genau, ob es drei waren Ja, also zwei haben mich vergewaltigt, es war vielleicht noch ein Ritter dabei, um hier zu stehen Ich hatte wahnsinnig Angst, die haben mir dann noch, die haben mich versucht noch weiter auch auszuziehen Aber ich hatte, die beiden Klamotten hatten nur noch Jeans an und ein Gürtel an Und das war für die wohl auch noch irgendwie zu kompliziert gewesen Weil die haben mir die Hose nicht mehr runterziehen, weil ich ja am Bein gefesselt habe Ja, hab ich verstanden Und dann sind die eben rausgegangen Rausgegangen, rausgegangen und ich konnte mich nach und nach selber einfach lösen Aber ich hab einfach wie ein Häuflein elend da gesessen Konnte mich gar nicht mehr bewegen die Nacht Ich war nicht mehr gefesselt, aber ich konnte mich nicht mehr bewegen Ich war einfach so in mich wie so eine Schnecke im Schneckenhaus So, jetzt hab ich den Vorgang, hab ich das verstanden Ja, die war wie so ein Häuflein elend gefesselt einfach in der Nacht Ja, der sehr schlimm ist und sehr ekelhaft ist Ja Lass mich fragen, hast du Anzeige erstattet? Nee, aber das ist alles sehr schwierig gewesen die ganze Zeit Also ich war in der ganzen Zeit erstmal gar nicht in der Lage darüber zu sprechen Ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, hab mich krankschreiben lassen Hab gesagt, ich hätte psychische Probleme Und das hat er mir in meinem Zustand auch geglaubt Ich war dann bis zum Ende meines Zivildienstes krankgeschrieben Dann hab ich die Betelbetreuerin vom Bundesamt für Zivildienst angerufen Und ich hab sie gebeten, die soll mich doch bitte schön aus dem Zivildienst entfernen Wegen psychischer Probleme Dann ist sie gekommen und hat mit mir auch lange gesprochen Sehr nette Frau, die Regionalbetreuerin da Aber die konnte das außen auch nicht rauskriegen Weil ich war einfach nur wie gelähmt Ich konnte nicht darüber sprechen, weil ich auch Angst hatte, wenn es rauskommt Gut, jetzt ist ja eine ganze Weile vergangen Und dann hast du dich da irgendwie Ich meine, ich merke, dass du immer noch sehr aufgeregt bist Wenn du das wahrscheinlich dir nochmal vor Augen führst Jetzt im Abstand hast du irgendetwas eingeleitet? Ja, ich wollte eigentlich anfangen zu studieren Und hab es aber wegen psychischer Probleme nicht gekonnt, weil ich einfach zu sehr daran gehadert habe Und ich habe auch gemerkt, dass bei mir sexuell irgendwie was geändert war Ich konnte Sexualität nicht mehr genießen Ne, meine Frage war jetzt, ob du juristisch irgendwas eingeredet hast Hast du Anzeige erstattet? Ja, nee, also die habe ich nicht gemacht Aber ich möchte auch noch sagen, warum Weil ich halt durch die psychischen Probleme, die ich hatte, in der Therapie gegangen bin Und nach 50 Sitzungen erst in der Lage war, überhaupt darüber zu sprechen Und ich bereite gerade mit meiner Therapeutin zusammen mich mental darauf vor, Strafanzeige zu erfahren Achso, ja das ist natürlich genau der richtige Weg Dass man sich erst stabil macht für sowas Darum kam ja die Frage etwas zu früh gerade mit der Strafanzeige Ja, 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 ich verstehe Aber ich bin jetzt auch zur Zeit drauf und dran, es zu versuchen Ich habe ans Bundesamt der Zivildienst nochmal geschrieben Und das Lass mich doch mal fragen, nach dieser grauenhaften Nacht, direkt den nächsten Tag Da warst du auch gar nicht fähig, irgendwas zu machen, ne? Ich bin, wie gesagt, sofort zum Haunheim Haus anzuhören Sofort, mhm Ich war der Allererste sogar an dem Tag in der Praxis Und der hat mich wegen psychischer Probleme, die ich durchsache hatte, sofort krankschreiben lassen Warst du vorher auch schon eher so in einer labilen Stimmung? Oder hat dich dieses wirkliche so komplett umgehoben? Nee, es ging mir eigentlich relativ gut Und ich hatte auch wirklich nie psychische Probleme im Leben bei denen gehabt Es war einfach vielleicht umso deshalb umso schlimmer für mich, weil es einfach nur auf 100 war Abgesehen von dem extremen Ekelfaktor Ja Hast du wahrscheinlich auch extreme Angst gehabt, ne? Währenddessen Ich bin dann ja auch niemals in die Zivilienststelle mehr wieder hingegangen Weil nur einmal als Regionalbetreuerin da war Da war ich eine Stunde lang zu Besuch Ich habe die Rest der Zeit immer bei meinen Eltern gewohnt Aber selbst denen habe ich es nie gesagt Bei denen habe ich auch noch nicht auf den Schwul gelebt zu der Zeit Das war auch der Grund, warum ich nicht darüber sprechen konnte Weil ich dachte, im Rahmen eines Prozesses müsste ich mich dann auch so hauten, dass meine Eltern das auch erfahren Ich meinte gerade aber, dass du währenddessen auch wahnsinnige Angst gehabt hast Ach so Ja, das ist auch das Größte, was ich jetzt auch erweiten muss in der Therapie Das sind Traumatisierungen, die entstanden sind Und meine Therapeutin meint, dass ich noch zwei Jahre brauche, um diese Angsttraumatisierungen überhaupt zu verarbeiten Also eine ganz, ganz schwere Erschütterung für dein Leben, was da passiert ist Ja, also ich merke, ich kann keine Sexualität mehr genießen Das merke ich, wenn ich auch nur Freunde bei mir zu Besuch habe Und die kommen mir einfach nah, kuscheln mit mir im Bett ein bisschen Es ist ganz anders geworden Ich hatte vorher auch noch nie sexuelle Erfahrungen gehabt, muss ich jetzt sagen Da bin ich auch sogar Spätzünder Und das war jetzt quasi die allererste Erfahrung, die ich im Leben jetzt gemacht habe Und dann gleich sowas Schlimmes Aber ich bin ja froh, dass du in eine Therapie gegangen bist Das ist ein guter Weg Und das ist auch der einzige Weg, glaube ich, wenn man so erschüttert ist, um da rauszukommen Hast du ein gutes Gefühl auch in dieser Therapie, dass es vorangeht? Ja, ich merke, dass ich ja jetzt relativ offen, zwar noch sehr nervös, aber immerhin darüber gesprochen kann Das ist für mich so ein wahnsinnig großer Fortschritt gewesen Aber hör mal, das ist schon eine tolle Sache Und ich merke auch in der Therapie, das ist total toll Dadurch, dass ich mit der Therapeutin so oft darüber spreche Es ist eine wahnsinnige Entlastung, dass verstanden werden Dass da jemand mitfühlt, das ist wahnsinnig geil Und ich merke auch, wenn ich es jetzt vielen Leuten erzähle, die mir jetzt zuhören Das tut mir einfach wahnsinnig gut Das wollte ich ja sagen Wenn du so große Probleme damit hattest Und du so traumatisiert warst Ist das ein ganz toller Erfolg, dass du es hier jetzt hast erzählen können Ja, es ist jetzt ungefähr genau elf Monate jetzt Und ich habe in dieser Zeit schon wirklich ganz andere Zustände gehabt als jetzt Also Gratulation zu dem Mut, dass du hier angerufen hast Dass du es erzählt hast Ja Es fällt tatsächlich ein Stein vom Herzen Ich wollte eigentlich damals schon sagen Als Foltervorsitzel mit der Bundeswehr in den Medien waren Da wollte ich schon anrufen und auch mal sagen Dass auch so etwas im Zivildienst vorkommen kann Und es ist wahnsinnig jetzt Lass mich mal fragen Diese Männer, die waren ja nicht geistig behindert Die waren nur gehörlose Die Männer, die waren nur taub Ja, ganz normale Menschen Intelligente, zurechnungsfähige Leute Die einen schweres Verbrechen begangen haben Ja, also es waren wirklich ganz normale Leute So Christoph, jetzt wünsche ich dir, dass du in der Therapie weiter Fortschritte machst Wünsche, dass diese Strafanzeigengeschichte auch in deinem Sinne abläuft Dass es nicht zu schwierig wird Und dass es für dich nicht nochmal zu schmerzhaft wird, das Ganze Ja Aber ich glaube, du bist auf einem richtigen Weg Auf einem guten Weg Und nochmal, klasse, dass du angerufen hast Ja, ich glaube auch Wenn du gerne möchtest Du bist ja sehr aufgeregt Und kannst auch gerne mit meiner Psychologe nochmal sprechen jetzt Ja, aber ich habe morgen um 7 Uhr schon meinen nächsten Termin Achso Na gut Aber ich danke dir Ja Alles Liebe und alles Gute Und ich glaube, wenn du so weitermachst, wirst du es auch schaffen Und irgendwann auch zu einem normalen Leben für dich auch eine normale Sexualität wiederfinden Ich hoffe es, doch Alles Gute Danke, Dumian Tschüss Tschüss Das war der Christoph und hier ist die Wessner Hallo Wessner Hi, Dumian 25 Jahre bist du Genau Ja Und was geht es bei dir? So, bei mir geht es, dass meine Schwester und ich Die ist 1,5 Jahre älter als ich Und ich bin 25, wie gesagt Wir haben gestern das erste Mal unsere leibliche Mutter gesehen Wow Kennengelernt Wie kommt das? Ja, damals, als wir noch klein waren, haben sie schon sie, die leibliche Mutter Die eigentlich gar nicht so für uns vom Gefühl her nicht die Mutter ist Ja, ja Also auf jeden Fall haben wir sich getrennt, unsere Eltern Wie alt warst du da? Also ich war ja, vielleicht war ich denn da knapp ein Jahr oder so Also meine Schwester war 2 und ich war 6 Monate vielleicht Wurdet ihr zur Adoption freigegeben? Nein, 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 nein Die Eltern haben sich getrennt Mein Vater hat uns gekriegt Achso Hat das Sorgerecht gekriegt, weil mein Vater war ja berufstätig Wir kommen aus Jugoslawien, die haben uns in Jugoslawien getrennt Ja Ja, mein Vater hat das Sorgerecht bekommen Ja Und so wie sie uns erzählt hat, hatte mein Vater uns nur vorübergehend, bis sie Arbeit findet Und dann hätte sie uns gekriegt Und wir sind dann nach Deutschland gekommen Und dann hat dein Vater, euer Vater hat eine andere Frau? Genau, aber schon in Jugoslawien Achso, und ihr seid denn quasi bei der Stiefmutter aufgewachsen? Bitte? Ihr seid denn quasi so bei der Stiefmutter aufgewachsen? Ja, gar nicht Stiefmutter, das ist diese Mutter, die wir haben, ist ein Engel Achso, ich meine es doch gar nicht irgendwie abwertend, man sagt das ja so Also bei der anderen Frau seid ihr aufgewachsen? Ja Und die hat euch auch gut behandelt? Die hat uns besser behandelt, als vielleicht eine leibliche Mutter Kinder behandeln kann So, und all die vielen Jahre, und du bist ja schon 25 Ja Hat die Mutter nichts von sich hören lassen? Äh, nichts, gar nichts Gar nichts? Nichts Die wusste ja halt, dass ihr in Deutschland seid Nee, sie wusste auch gar nicht, wo wir sind Sie wusste gar nichts Und sie hat uns erzählt, sie hat mal ein paar Versuche gestartet, hat uns Kann man das nicht rauskriegen? Ist das nicht einfach rauszukriegen? Der ehemalige Mann und die Kinder sind in Deutschland? Das war ja kein Geheimnis, oder? Ja, sie dachte, wir wären in Amerika, dann dachte sie, wir wären in Schweden Ja Und keine Ahnung So, und wie hat sie euch jetzt gefunden? Ich hab sie gefunden Du hast sie gefunden? Ja Und wie hast du das gemacht? Ich hab überall mal rumtelefoniert, also irgendwie kam es und dann hab ich gedacht, boah, bevor die Frau stirbt, möchte ich dir einmal meine Meinung drücken, sie im Arsch drehten Aber du wusstest doch gar nicht, wo die Frau sich befindet, die hätte ja auch schon irgendwo im Ausland sein können Ja, und wir sind in Wien geboren und ich hab die ganze Zeit geglaubt, sie würde in Österreich leben Ja Und dann hab ich dort angerufen Und die geben ja keine Auskunft, weil, weil, keine Ahnung, Datenschutz Ja, ja Und ich hab ja gesagt, ich suche meine leibliche Mutter, wie soll ich sie denn sonst finden? Dann hab ich Jugoslawien angerufen Und dann, ach, ich hab tausende, tausende Leute angerufen Also du warst richtig aktiv, hast richtig recherchiert Ja, und ich hab die nachher von zwei Wochen, nach dem ganzen rumtelefonieren, hab ich die dann doch gefunden Und wo war sie? In Schweden In Schweden? Ja In Schweden Ja Da musst du ja auch erstmal drauf kommen, dass sie dann in Schweden ist Ja Äh, du hast irgendwelche Hinweise bekommen und die Spur führte dann nach Schweden? Äh, ich weiß nicht, ich hab tausende Leute angerufen, tausende Ämter Mhm Und dann, dann hatten, dann hatten ja zuletzt in Jugoslawien, keine Ahnung, Einwohnermeldamter so geholfen Weil die hat sich, die hat da eingegeben, dass sie neu geheiratet hat Mhm Und dass sie jetzt in Schweden lebt Ja, so, und nun ist es zu einem Treffen gekommen Ja, sie kam gestern hier an Nach Deutschland Ganz komisches Gefühl Wie war das, als sie plötzlich vorgestanden? Fremde Frau Ja Hattest du, hattest du etwas schon länger mit ihr mal telefoniert? Einmal, ich hab sie angerufen Und dann, sie konnte es gar nicht erst mal glauben, dass ich es bin Weil sie dachte, jemand will die da veräppeln Ja Ja, und dann hab ich ihr gesagt Ja, hör mal hier, ich bin ja eine Tochter, ne? Ja Hier, Wessner Und ich bin da und da geboren Mein Vater ist so und so Und dann hat sie dann doch geglaubt, dass ich das bin Und dann hat sie gesagt, ich kann es nicht glauben Wie schnell hat sie sich entschieden, dann auch zu kommen? Äh, innerhalb, also dann am Sonntag hat sie nochmal bei mir angerufen Und gestern ist sie gekommen Ein paar Tage nur Immerhin, ne? Das ist ja auch schon toll, dass sie das gemacht hat Ja, und ich hab mir gedacht, wenn die jetzt nicht kommt, ne? Dann, echt, dann... So, und gestern bei dem Treffen, war deine Schwester auch dabei? Ja, meine Schwester nicht Die, meine Schwester rüber ist jetzt auch da Die liegt jetzt hier Achso Die Mutter, die ist gerade, also hinten bei mir im Schlafzimmer, die schläft Achso, die Mama ist noch da Ja, die bleibt bis Samstag Ähm, wie ist jetzt, du hast gerade gesagt, das ist ein ganz komisches Gefühl Ja Was war die wichtigste Frage, was du, welche du ihr stellen wolltest? Ja, die habe ich am Telefon gestellt Ich hab gestellt, warum hast du uns verlassen? Genau, die Frage ist ja auch wirklich die gravierendste Was hat sie geantwortet? Sie hat gesagt, so war die Situation damals Und sie musste das machen, weil wir es besser bei unserem Vater hatten Und weil das auch nur vorübergehend wäre Glaubst du es? Ich weiß, ja, also mein Vater erzählt seine, seine Story Sie erzählt ihre Version Was ist denn die Version von deinem Vater? Von meinem Vater natürlich, ne? Also jeder erzählt das so, dass er selber im rechten, im guten Licht dasteht Das ist klar Und dann habe ich mir auch gedacht, ich will mir beide Seiten an Aber was? Der Vater erzählt das natürlich total negativ Sie ist schuld und sie hat euch verlassen und sie hat euch vergessen Und sie wollte euch nie sehen Und sie hat sich nicht um euch gekümmert Ihr wart ihr egal, sowas, ne? Genau, genau so, ja Jetzt ist sehr wenig Zeit vergangen Aber ihr seid immerzu zusammen gewesen, seitdem sie da ist Ja Wie sprecht ihr eigentlich? Welche Sprache miteinander? Ja, Jugoslawisch Ich kann zwar nicht so gut, aber das geht schon Hat sie sich sehr gefreut, euch zu sehen? Ja, hat sie Glaubst du ihr das Gefühl? Ja Ja, sie sagt ja zwar selber, es ist schon schade, dass es so gekommen ist Also wir sehen das, dass es ihr leid tut und dass es ihr doch schwer fällt Hat sie noch weitere Kinder bekommen? Ja, wir haben noch zwei Halbgeschwister Also ein Bruder, der ist 31, die hatte sie aber vor uns gehabt Und danach hat sie gesagt, wo sie uns verlassen hat Danach wollte sie unbedingt noch eine Tochter haben Hat sie auch gekriegt, die ist drei Jahre jünger als ich Und sie meinte aber, das war nicht das gleiche, weil jedes Kind ist ein Unikat Und das war doch nicht dasselbe Was sagt denn eigentlich dein Vater und die Frau von deinem Vater zu deiner Aktion? Ja, das ist das fette Problem jetzt, die sind sauer Die sind sauer Die sind heftig sauer Auch die nette Frau, die deine Mama eigentlich ist Ja, die ist eigentlich nett Weißt du was, das verstehe ich nicht Ja, das verstehe ich auch Weil ich finde, dass man, auch wenn dein Vater, vielleicht hat er ja recht mit seiner schlechten Meinung über deine Mutter Kann ja sein Ja Das können wir alle nicht beurteilen Aber er müsste dann sagen, die Wessner und deine Schwester Ihr habt das Recht darauf, die Frau kennenzulernen Und diese Freiheiten müssen wir den Mädels geben Ja und so Und die Mädels müssen sich selbst eine Meinung bilden Dadurch liebst du deinen Vater ja nicht weniger und auch nicht die Frau von deinem Vater Ja Indem du jetzt deine leibliche Mutter kennengelernt hast Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe Ja und auch weh, wenn mein Papa sauer ist Das macht mir nicht viel aus Naja, ist dann dauernd irgendwie sauer Das ist nicht schlimm Das kriege ich schon hin Aber uns tut das leid, dass unsere Mutter, die wir als Mutter kennen Die uns großgezogen hat Die fühlt sich verletzt Und meint Ja, jetzt habt ihr jetzt eure Mutter und ihr werdet jetzt die Zeit mehr dafür bringen Ich will nicht, dass ihr mit ihr Kontakt habt Da kommt dieser Neid hoch Na vielleicht ist das Eifersucht Das Eifersucht, ja Aber vielleicht kannst du hier das auch Du sprichst ja sehr gut von eurer Ziehmutter So nenne ich sie mal Du sprichst ja sehr gut von ihr Ja Du hast sie sehr gerne Sehr gerne So, indem du ihr das vielleicht nochmal so ganz klar machst Pass mal auf Wie sprichst du da an? Sagst du Mama zu ihr? Ja klar, natürlich Indem du sagst, pass mal auf Mama, das macht ja Mein Gefühl wird überhaupt nicht verändert zu dir Das musst du immer wieder sagen Damit sie das Ja, das haben wir ja gesagt Sie hat uns gesagt Ja, ihr habt mich enttäuscht Jetzt habt ihr eure Mutter Und jetzt werdet ihr Zeit mit ihr verbringen Und dann hat sie gestern heftig gesagt So, ja, beweist mir doch, dass sie mich liebt Und schickt sie sofort nach Hause Vielleicht soll man ein bisschen großherziger sein Und sagen, okay, das ist jetzt so frisch Ist es vielleicht auch für eure Mama ein Schock Dass jetzt diese Frau aufgetaucht ist Vielleicht wird sie schon wieder beruhigen Wenn sie merkt, dass du sie nach wie vor so lieb hast wie vorher Ja klar Und dass ihr sie genauso gut behandelt wie vorher Und eure leibliche Mutter wohnt in Schweden Das ist weit weg Und so oft werdet ihr euch sowieso nicht sehen Ja, ja, das habe ich mir auch gedacht Das ist jetzt momentan, weil das so frisch ist Obwohl, sie hat immer gesagt Sie hätte nichts dagegen Wenn wir uns mal treffen Wenn wir die kennenlernen Sie meinte, nein, das ist Ja, sie hat euch geboren Ich will nie was dagegen haben Nur ich vermute, dass mein Papa da ein bisschen Ja, ich finde, dass ihr beiden Mädels eure Linie jetzt durchziehen solltet Ihr habt das Recht darauf, eure Wurzeln kennenzulernen Das heißt eure Mutter Und es wäre doch wunderbar Wenn sich jetzt zu der leiblichen Mutter auch ein gutes Verhältnis ergeben würde Ja Und ihr weiterhin natürlich ein tolles Verhältnis zu eurer Mama hättet Ja klar Also allen wäre damit ja gedient Ja, es wäre schön, wenn es aber nur Vor allem unsere Mutter hat sogar Unsere Mutter hat jetzt nicht so kompliziert Also unsere Mutter, die was Mama kennt Sie hat sogar mit ihr telefoniert Bei mir zu Hause Und war ganz normal Und wir dachten auch Bei uns wäre das auch schwer Und wir hätten Für uns wäre es auch leichter Wenn unsere Mama auch da wäre Und auch mit ihr gesprochen hätte So, wenn wir auch zusammensitzen würden Ja, Vorsicht Das würde ich auch noch nicht so fordern Macht ihr das erstmal Ihr beiden Mädels Und wenn sie nochmal wiederkommt Oder da kann man ja ein bisschen Zeit vergehen lassen Nicht alle zusammenführen direkt Das ist ja auch schwer für eure Ziehmutter Für die Mama hat Das jetzt plötzlich zu verkraften Da würde ich sie gar nicht jetzt gleich mit konfrontieren Lass mal ein bisschen Zeit vergehen Wie lange bleibt denn die leibliche Mutter hier? Bis Samstag Bis Samstag Na gut, das ist ja auch nicht mehr so lange Nein Dann könnt ihr das alle erstmal ein bisschen verdauen danach Und verkraften Und ich fände es einfach klasse Wenn ihr Mädels halt auch einen guten Kontakt Zu eurer leiblichen Mutter aufbauen könntet Das wäre doch wunderschön Ja, das wäre aber auch nie Dieses Mutter-Tochter-Vertraining-Widt Nein, niemals Aber vielleicht in einer anderen Art Ein gutes Verhältnis Ja Aber so oft werdet ihr euch ja eh nicht sehen Ich finde toll, dass du das gemacht hast Muss ich nochmal sagen Und bleibt einfach am Ball Und zeigt eurer Mama Dass ihr sie nach wie vor sehr lieb habt Ja Liebe Vesna Grüß mal deine Schwester herzlich von mir Mache ich Und genießt jetzt diesen besonderen Augenblick Obwohl er schwierig sicherlich auch ist Ja, ist auch Ja, alles Gute Dankeschön Tschüss Ciao 0800 220 50 50 Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt Dann meldet euch ganz einfach bei mir Oder meldet unter domian.wdr.de Sabine ist hier Sabine ist 31 Jahre Hallo Sabine Ja, schönen guten Morgen Jürgen Schönen guten Morgen Ich hab da ein Problem Was heißt ein Problem? Ja Ich bin hauptberuflich Prostituierte Mhm Habe in meinem Job Meinen jetzigen Freund kennengelernt Vor ungefähr einem halben Jahr Mhm Wie lange bist du schon Prostituierte? Ähm Ungefähr jetzt drei Jahre Ja Und Wie hast du vor einem halben Jahr Deinen jetzigen Freund kennengelernt? Ja genau Im Job kennengelernt Das heißt Er war ein Kunde von dir Er war ein Stammkunde von mir Ein Stammkunde Und dann hast du dich verknallt? Er ist eigentlich erst in mich Achso Und nachher haben wir halt Naja auch mal ein bisschen privater geredet Ja Und dann ist er halt auch mal ein bisschen länger geblieben Wie normal Und jemand ist von der Funke bei mir auch mal übergesprochen Mhm Das ist ja schon mal ganz schön Dass sich so etwas so ergeben hat Mhm Jein Warum jein? Am Anfang hat es eigentlich sehr gut zwischen uns geklappt Mhm Und jetzt haben wir seit ungefähr Ein Vierteljahr das Problem Dass es bei uns im Bett überhaupt nicht mehr klappt Von seiner Seite aus Mhm Wir kuscheln wohl zusammen Wir haben uns im Arm Wir streicheln uns Wir genießen auch die Zweisamkeit Wir genießen den einen zu spüren Und den anderen zu riechen Mhm Aber wenn es drauf ankommt Klappt bei ihm nichts mehr Weil? Weil er angeblich So wie er sagt Vom Kopf her Nicht abschalten kann Er hat eine 20-jährige Ehe hinter sich Lebt gerade in Scheidung Ja Du kennst das selber Mit den ganzen Sachen Die dann dabei dazukommen Drei Kinder Und die Frau macht ein bisschen Theater Und er sagt einfach Er kann nicht abschalten Glaubst du ihm das Oder vermutest du Dass es an deinem Job liegt? Ich weiß es nicht genau Ich habe zum Beispiel Jetzt schon einige Dinge bei ihm entdeckt Er hat einen Computer zu Hause Mhm Und ich habe gesehen Dass er ab und zu mal In Kontaktanzeigen rumstöbert Mhm Dann habe ich bei ihm gesehen Als ich mal bei ihm geputzt habe Dass er in seinem Nachtschränkchen Auch einige Kontaktanzeigen Ausgedruckt hat Zu Frauen Mhm Und ich weiß nicht so ganz Was ich davon halten soll Das heißt Da ist ein gewisses Misstrauen Dass er vielleicht sogar Fremd geht Mhm Fremd geht nicht Aber dass er da vielleicht Irgendwie Was anderes im Hinterkopf hat Dass er sich zumindest In die Richtung bewegt Genau Weil ich meine Er hat mich in meinem Job Kennengelernt Und warum soll er Nicht auch anders probieren Sag mal Ein halbes Jahr zusammen Und die erste Zeit Funktioniert das durchaus gut Bei euch im Bett Auch privat dann Ja natürlich Aber da hatte er ja Seine ganzen Probleme Auch am Hals Mit Familie Mit Scheidung Mit Kindern Weiß ich was alles Ja Jetzt haben wir uns kennengelernt Ich muss dazu sagen Er hat vor Ungefähr Vor einem knappen Jahr Hat er einen Schlaganfall gehabt Und war zu dem Zeit Wo wir uns kennengelernt haben In der Reha-Klinik Ja Das heißt Er war von den ganzen Problemen Die auf ihn eigentlich Zugekommen sind Abgeschottet Ah ja Er hatte den Kopf Ziemlich frei Und von Da ging das alles Ja Das heißt also Das kann durchaus sein Dass er schon sehr 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 Ja Sehr viel im Kopf hat Und dadurch sehr beladen ist Ja Aber du So ganz glaubst du sie ihm eben nicht Aufgrund dessen Was du da entdeckt hast Ja Erstmal da Ja Und zweitens Am Anfang hat er mir gesagt Er möchte gerne eine feste Beziehung haben Und so nach und nach Stellte sich aber immer mehr raus Dass er das gar nicht möchte Sondern dass er seinen Freiraum Eigentlich viel lieber hat Wohingegen du gerne eine feste Beziehung Hättest mit ihm Ja Ja aber meinen Freiraum Möchte ich auch wohl behalten Bloß so wie es im Moment läuft Passt mir das eigentlich nicht so ganz Und dann hat Wurde denn Lass mich das mal fragen Ey Ist das irgendwo mal thematisiert worden Dass er vielleicht Das was ich gerade schon gesagt habe Dass er vielleicht doch irgendwie Nicht mit deinem Job Zurecht kommt Hat er da Hat er da irgendwas mal zugesagt Ja Das hat er Und was hat er Was hat er genau da gesagt Er hat mir gesagt Dass er es einfach nicht haben kann Wenn er weiß Dass mich andere Männer begehren Dass mich andere Männer anfassen Und dass ich mit anderen Männern Ins Bett gehe Jetzt muss ich aber dazu sagen Mein Job ist wirklich nur Job Ich schalte meinen Kopf aus Das heißt Ich bin wirklich nur da Um die Männer eben Jetzt sag ich mal ganz krass Abzufertigen Ja Das verstehe ich schon Aus deiner Wacht heraus Aber Das sieht er natürlich nicht so Obwohl er selbst mal dein Kunde war Ja Das kann er wahrscheinlich Nicht so auseinander halten Aber das ist eigentlich Auch nicht mein Hauptproblem Mein Hauptproblem ist Dass er vor ungefähr Ein Zetteljahr Dass er sich da von mir Trennen wollte Auch zu mir gesagt hat Dass es vorbei ist Und ich bin eigentlich ein Typ Ich mag privat sehr gerne Sex mit mehreren Leuten Dann habe ich Bei uns im Umkreis von 20 Kilometern Ist ein Swingerclub Und dann bin ich da einfach Samstags mal hingefahren Und habe mir das Ganze mal angeguckt Und ich muss sagen Ich war sehr begeistert Und dann bin ich auch mit den Besitzern Ins Gespräch gekommen Und die haben mich dann abends gefragt Ob ich mir das vorstellen könnte Dass ich da arbeite Das heißt Ich komme Äußerlich gesehen Als normale Swingervrau dahin Nehme dann die Swingermänner mit nach oben Vergnüge mich mit ihnen Ja Und am Ende Wenn ich dann gehe Wird mit den Besitzern abgerechnet Ja Also du rechnest da mit den Besitzern ab Ja genau Das heißt du Du arbeitest da Neben Zu deinem zusätzlich Also das machst du zusätzlich Neben deinem Job als Prostituierte Ja genau Ja Kurz nochmal zur Prostitution Arbeitest du in einem Club Sonst Nein ich arbeite privat Du arbeitest privat So und dieses hast jetzt nebenher noch angefangen In einem Swingerclub Ja genau Weil es dir auch Spaß macht Ja das ist der Unterschied Das ist der Unterschied So ist es Wenn ich das privat mache Dann habe ich da Spaß bei Im Swingerclub Und wenn ich das aber im Job mache Dann ist das wirklich nur mein Job Als wenn irgendwo jemand Hinter der Ladentheke Brötchen Oder ein Brot verkauft Verstehe So das hat er dann aber auch mitbekommen Dein Freund Nein Nein Achso Nein das weiß er nicht Ach das weiß er bis heute nicht Dass du das machst Nein Das war auch heikel Ja da habe ich ganz schön Bammel Dass das mal irgendwann rauskommt Weil ich dann nämlich glaube Dass die Beziehung am Ende ist Und das möchte ich nicht Aber warum machst du es dann? Ja warum mache ich es dann? Das ist eine gute Frage Ja Also du verlangst ja von ihm auch Dass er irgendwie sich klar dir gegenüber verhält Und du beklagt Er tut es ja aber auch nicht Bitte? Er tut es ja aber auch nicht Ja aber das ist Aber ja Ich sage mal ganz ehrlich Ich bin ja auch ein Mensch Gut Aber dann musst du andere Verhältnisse schaffen Entweder musst du als gutes Beispiel vorangehen Und dich ehrlich und klar verhalten Deinem Partner gegenüber Und nicht auch irgendwelche Mauscheleien dazu machen Dann kannst du es nämlich auch wirklich von ihm einfordern Oder wenn das alles irgendwie nicht funktioniert so Dann hat diese Beziehung eben keine Grundlage Das kann ich nicht Ich kann mich nicht von ihm trennen Ja aber da sind so viele Unwägbarkeiten Die mir so nicht einleuchten Oder die schwierig sind Du machst deine Singer-Club-Geschichte Das weiß er nicht Er ist irgendwie am rumnörgeln Dass du deinen Job machst Und dass er damit nicht richtig zur Rande kommt Dann gibt er vor Was ja vielleicht stimmt Vielleicht stimmt es aber auch nicht Vielleicht ist es eine Ausrede Dass er den Kopf zu hat Wegen seiner ganzen Problemgeschichten Und dann hast du gerade auch noch die Andeutung gemacht Dass er auch schon schwer krank war Was ihn vielleicht auch noch belastet Kann ja auch sein Weiß ich nicht Ja So da ist ja ein ganzer Berg von Problemen Die ineinander verheddert sind Das heißt da muss eine Klärung geschaffen werden Wir haben schon des Öfteren mal klärende Gespräche gehabt So ist das nicht Wir haben schon so oft diskutiert Und wir drehen uns da im Kreis Er sagt immer er braucht seine Freiheit Aber er will mich auch nicht verlieren Ja was heißt das Was heißt das Heißt das Will er mit dir zusammen sein Oder will er mit dir nicht zusammen sein Als Paar Beides Er möchte seine Freiheit behalten Aber auch mit mir zusammen sein Und das funktioniert nicht Gut Ja oder man findet ein Modell Und sagt Pass auf wir sind zusammen Und wir definieren mal unsere Freiheit Was meinst du damit seine Freiheit Und man klärt das ab Und sagt Okay das billigen wir uns gegenseitig zu Aber dennoch sind wir ein Paar Aber das muss man alles aussprechen Ja das beste Beispiel ist zum Beispiel Er ist in einem Motorradclub Und jetzt geht es darum Dass im Mai eine große Motorradtour Von fünf Tagen eigentlich vorgesehen ist Jetzt war heute der letzte Anmeldetermin Und er hat die ganze Zeit gesagt Er möchte mich gerne mitnehmen Und jetzt war ich Weil ich da selber noch nicht so viel Erfahrung mit habe Mit Motorrädern War ich die ganze Zeit am Zweifeln Fahre ich mit Fahre ich nicht mit Und dann habe ich ihm letzte Woche gesagt Ich sage okay ich fahre mit Und heute sagt er mit einmal zu mir Nee er möchte doch alleine fahren So aus weiterem Himmel Ja das ist bescheuert Da würde ich sehr sauer sein Na der Stelle Also nicht höh und hot Rein aus den Kartoffeln Raus aus den Kartoffeln Eben Da war ich auch ein bisschen am Zweifeln Ich denke was will der jetzt überhaupt Vielleicht taktiert der auch so ein bisschen rum Und macht das gerade so Na lust und Laune mit dir Und deswegen müsst ihr wirklich Klartext sprechen miteinander Nur so geht das Und du musst dann auch Eine Linie für dich finden Ob du das mit Ich finde du dürftest das nicht heimlich machen Mit dem Swingerclub Sag es ihm Konfrontiere ihn damit Ja ich habe Angst Dass ich ihn verletze Ja Wenn es im Bett bei ihm nicht klappt Dann spiele ich ihm ja auch immer Dieses Verständnis vor Und sage ich verstehe ihn Und aber auf anderer Seite Habe ich auch meine Bedürfnisse Eben das musst du alles sagen Es geht nichts mit Vorspielen Und was heißt verletzen Er verletzt dich ja auch Und ihr steht da beide im Nebel Voreinander Und wisst gar nicht genau Mit wem ihr es zu tun habt Macht euch erstmal klar Euch gegenseitig Und vielleicht findet ihr dann einen Weg Vielleicht findet ihr dann aber auch keinen Weg Ja Vielleicht verliert er euch dann auch Aber so ist das ja auch kein Zustand im Moment Ja da habe ich aber auch Angst vor ihm zufrieden Glaube ich Aber das ist Was ist die Alternative Es zu riskieren Wenn du jetzt wirklich offene Worte sprichst Und alles auf den Tisch legst Dann hast du vielleicht die Chance Dass ihr da eine vielleicht unkonventionelle Beziehung führen könnt Und dass ihr euch wirklich habt Aber so funktioniert es nicht Ja ich glaube eher wenn ich ihm sage Dass ich da hingehe Dass dann die Beziehung am Ende ist Ja Aber wenn er sagt er will seine Freiheiten haben Kannst du auch deine Freiheiten einfordern Du kannst ihn ja auch mitnehmen da hin Ja er hat mich ja schon gefragt Ob wir da nicht mal zusammen hingehen können Weil er hätte das mal gelesen Ja Würde sich da mal für interessieren Aber ich weiß nicht Also mit ihm zusammen da hingehen Ich könnte es auch nicht ertragen Wenn er dann mit einer anderen Frau liegt Okay dann müsstest du verzichten Dann musst du auch verzichten Es geht Man kann nicht alles unter einen Hut kriegen Weißt du Ja Das ist immer der Punkt Man muss sich für etwas entscheiden Und dann muss man das machen Auch wenn man da einige Dinge dann tun muss Die nicht so schön sind So liebe Sabine Jetzt hast du ein bisschen was vor dir Du musst da jetzt mal ran Und säubern und entwuseln das Ganze Alles Gute Ja Vielen Dank Und nochmal Kompliment an deine Sendung Die ist wirklich super Ich freue euch jeden Abend Dankeschön Sehr nett Ich bin spitze wie du mit den Leuten umgehst Vielen lieben Dank Sabine machs gut Tschüss Ja du auch Tschüss Sarah 20 Jahre alt Hallo Sarah Hallo Mir Hallo Sarah Um was geht es bei dir? Bei mir geht es darum Dass ich ein Verhältnis Mit dem Mann Meiner ehemaligen besten Freundin hatte Mit dem Mann Der ehemalig besten Freundin Also mit der Freundin Mit dem Mädel Bist du nicht mehr befreundet? Nee jetzt nicht mehr Durch diese Beziehung Mit dem Mann? Ja genau Als die das rausbekommen hat Dann nicht mehr Achso die hat das rausbekommen Ja Wie lange läuft die Beziehung schon? Ähm das lief vier Monate Also jetzt momentan läuft eigentlich gar nichts mehr Mhm Und die beste Freundin war wie lange deine beste Freundin? Ähm gut ein halbes Jahr Achso dann warst du auch keine dolle beste Freundin Ja aber schon eigentlich eine sehr sehr gute Ja Meine Freundschaft muss sich ja auch aufbauen Und so schnell geht das auch nicht Ja Wie ist das rausgekommen? Ähm am Silvester Also ich hab mit meiner besten Freundin halt Silvester gefeiert Mhm Und er hat sie ganz oft angerufen Weil er halt wissen wollte wo wir feiern Weil er mitfeiern wollte Mhm Und sie hat ihm dann halt aber immer gesagt Nein ich will nicht dazu kommen Ich will nicht dazu kommen Weil die halt auch getrennt gelebt haben Achso Mhm Und ähm sie wollte halt nicht mit ihm feiern Und dann hat er mich halt auch die ganze Zeit angerufen Mhm Ich bin aber nicht drangegangen Aber irgendwann bin ich da mal drangegangen Und hab mit ihm gesprochen halt auch Mhm Und das hat sie mitgekriegt Und konnte daraus dann halt schließen Dass ich mit ihm telefoniert habe Was ja noch nichts Schlimmes wäre Nee eigentlich noch nicht Aber dann hat sie ihn angerufen Und ihn gefragt ob er jetzt was mit mir hat oder nicht Und daraufhin hat er das dann mal zugegeben Aber da lief doch noch gar nichts zwischen euch oder? Doch Doch da lief schon einiges Schon ein Vieljahr Mhm Achso ich verstehe jetzt Das ist So ist es rausgekommen jetzt Ne Ja Und das war Silvester Die habe ich jetzt gerade nicht richtig auf dem Schirm gehabt Genau Und das lief dann eben schon eine Weile vorher Lief alles schon Mhm Ja Du hast gerade gesagt Die sind ähm Die lebten da getrennt Was heißt das genau Waren die getrennt Oder wohnten die nur getrennt? Ähm Also das war immer so ein Hin und Her Also eigentlich waren sie getrennt Dann mal wieder nicht Und dann mal wieder doch Also immer so ein Hin und Her Ja die wussten nie beide was sie genau wollten Ja Hattest du währenddessen Als du dich dann auf den Mann eingelassen hast Hattest du dein schlechtes Gewissen Deiner Freundin gegenüber? Anfangs hatte ich das ja Aber dann später nicht Weil ich mich jetzt total verliebt hatte Und dann habe ich da nicht mehr so dran gedacht Wie war denn während dieser Zeit Als es noch geheim war Dein Verhältnis zu der guten Freundin? Habt ihr euch oft getroffen? Habt ihr euch unterhalten? Auch über Liebesgeschichte Liebesdinge und Probleme? Ja alles mögliche Wir haben uns oft gesehen Fast jedes Wochenende Habt ich bei ihr übernachtet und so Und wir haben immer über sowas geredet Und sie hat dann wahrscheinlich auch Über ihren Mann bei dir erzählt? Ja natürlich Und hat auch ihre Probleme Dir erzählt? Ja ihre Probleme und alles Da warst du natürlich in der blöden Situation Ja konnte ich halt nie was zu sagen So jetzt hat sie es rausgekriegt Silvester Funkstille herrscht zwischen dir Und der besten Freundin Oder der Freundin Ja Aber jetzt auch läuft auch nichts mehr Zwischen dir und dem Mann Deiner Freundin Im Moment Nee im Moment gar nichts mehr Also ich versuche mich bei ihm zu melden Aber er meldet sich dann halt auch nicht Und er wacht mir halt nicht klipp und klar Was er will Aber das hat er noch nie gemacht Hast du denn den Eindruck Dass er sich in dich auch schon Verliebt hat? So wie du? Er hat es mir gesagt Dass er verliebt in mich ist Glaubst du es ihm? Nein glaube ich nicht Also jetzt schon mal gar nicht mehr Weil ich merke halt Dass er mit mir spielt Und dass er so eine Sexgeschichte ist Ja Aber ich meine wenn Sarah wenn du schon sagst Ich merke dass der mit mir spielt Dann ist das ja schon Ein Warnschuss Erster Kategorie für dich Ja sollte es sein Ja sollte wirklich sein Dass du deine Dein Verliebtsein Dass du gegen dein Verliebtsein Angehen solltest Weil das Wenn du dich da weiter jetzt reinsteigerst In die Liebe Endet das nur mit Noch mehr Unglück Ja ich versuche das auch Aber das ist total schwierig Weil jedes Mal Ich muss mich bei ihm melden Und ich weiß sowieso Dass man eben nicht zurückkommt Aber ich melde mich trotzdem immer wieder Und das ist immer eine Frage Dass man sich da in den Griff kriegt Dass man diszipliniert ist Auch wenn man so eine Sehnsucht Nach jemandem hat Dass man dann sich zwingt Auch wenn man schon Vielleicht die Nummer gedrückt hat Auf dem Telefon Dann wieder auf den Ausknopf zu drücken Nur so geht es Da gibt es keine Keine tolle Ideale Super Lösung Es geht nur Indem man Die Fakten sind klar Der Typ ist nicht in dich verliebt Der Typ verhält sich nicht korrekt Dir gegenüber So sagst du Ja Du sagst sogar Ich habe das Gefühl Dass der mit mir spielt Und er zieht sich sogar Jetzt zurück von dir So kann man es ja auch sagen So was willst du noch mehr Das heißt du Du musst dir wirklich einhämmern Hände weg von dem Typ Und wenn du noch so eine Sehnsucht nach dem hast Die will dich nicht Dich will er nicht Hm Ich weiß nur nicht Wie ich das schaffen soll Aber auch bei mir zu Hause Und ich erinnere mich immer alles an den Und weiß ich nicht Aushalten Das geht nicht anders Und sieh mal Das war ja noch eine relativ kurze Zeit Von vier Monaten Ja Stell dir mal vor Du wärst vier Jahre mit dem zusammen Was meinst du Wie viele Dinge dich da erinnern würden An den Ja klar Insofern ist es noch Alles im Rahmen dessen Wo man das noch schafft Das tut zwar jetzt weh Das ist mir völlig klar Aber da musst du einfach gegen dich angehen Einfach immer hart Auf die Zähne weißen Und gegen angehen Schmeiß alle Erinnerungen weg Aus der Wohnung Was man wegschmeißen kann Irgendwelche Andenken Bildchen oder so Weg damit Hm So mach ich das immer Wenn ich jemanden aus meinem Kopf herauskriegen will Da ist immer noch genug im Kopf Was man nicht so einfach wegschmeißen kann Aber dass schon mal alle Gegenstände weg sind Die einen erinnern Ja Da wünsche ich dir viel Erfolg bei Ja ich danke dir Meine Liebe Sarah Alles Gute Ja Tschüss Und Sophie 21 Hallo Sophie Hallo Domian Hallo Hallo Dein Thema Ja Mein Thema Und zwar Ich war eigentlich Mein ganzes Leben lang hetero Bis ich Letztes Jahr Mit einer Freundin weggegangen bin Und Ein Mädel kennengelernt habe In die ich mich Unsterblich verliebt habe Und Sie ist lesbisch Und sie ist seit sechs Jahren In einer Beziehung Und Ja seit Oktober Haben wir halt ein Verhältnis Miteinander Obwohl sie in der Beziehung ist Ja Und das ist Also im Dezember ist das alles rausgekommen Weil es jemand der Freundin verraten hat Und seitdem Also dürfen wir überhaupt gar keinen Kontakt mehr zueinander haben Wir dürfen nicht mal mehr zusammen weggehen Gar nichts Und die Freundin Also die Freundin deiner 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 Geliebten Sag ich jetzt mal Verbietet Verbietet es Genau Und das Schlimme ist Ich war ja auch mit ihr befreundet Vorher Vor dem Ganzen Und Achso Du kanntest sie sogar Ich kannte sie Ja Das war ja noch Sehr schlimm noch dazu für mich Kennst Kennst Und kanntest du denn auch die Freundin Deiner Freundin Ja Auch Auch ja Und Ja Nachdem das jetzt alles rausgekommen ist Ist es noch intensiver zwischen uns geworden Und zwar die Freundin Die hat früher wirklich Die ganzen Telefonrechnungen kontrolliert Wie oft sie mich angerufen hat Und Mittlerweile ist es so Sie hat meine zweite Handykarte Und wir mailen uns jeden Tag geheim Wir treffen uns auch Immer Ihr trefft euch geheim auch Ja Wenigstens für 20 Minuten Aber wir treffen uns auch unter der Woche Immer wenn die Freundin irgendwie arbeitet Oder am Wochenende Wenn die Freundin arbeitet Und das geht jetzt schon seit Seit Herbst Letzten Jahren Genau Seit Oktober Und jetzt seit Die letzten Ein, zwei Monaten Ist es so intensiv geworden Dass Ich sag es mal so Sie hat mir auch schon gesagt Dass sie sich in mich verliebt hat Und Ja Also Davon bin ich jetzt auch mal ausgegangen Dass sie sich in dich verliebt hat Ja Sonst würde sie ja nicht so an Solche Aktionen starten Und Sich auf so eine Ja es ist ja auch Sie sich in so einen Stress begeben Ja und das Schlimme ist Wir wurden vor kurzem wieder erwischt Von ihrer Freundin Und zwar hat sie uns an Fasching In der Stadt getroffen Und Meine Affäre Hat ihr dann erzählt Sie hätte mich durch Zufall getroffen Und die Freundin glaubt ihr natürlich alle Ja So Jetzt glaubt ihr das natürlich nicht Ne Ähm doch Also sie ist der fest Überzeugung Dass ihre Freundin nicht fremd geht Und dass das zwischen uns Äh Vergangenheit ist Achso 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 Also sie glaubt ihr wirklich jede Lüge Und Achso Achso Ich sag es mal so Die wohnen auch seit sechs Jahren schon zusammen Und die sind erst jetzt in eine neue Wohnung gezogen Und die teilen sich halt wirklich Bett, Essen, Konto, Handy und alles mögliche Und es ist halt für mich total die scheiße Situation Weil ich Da muss ich dann doch nochmal nachhaken Ich hab das gerade so vorausgesetzt Deine Ich nenn sie mal Geliebte Ne Dann kommen wir nicht so mit den Begriffen durcheinander Ähm Glaubst du ihr wirklich Dass sie sich sehr in dich verknallt hat Oder sehr in dich verliebt hat Also ich muss sagen Ich glaube es ihr schon Nicht nur weil sie es mir sagt Sondern die Art wie sie mit mir umgeht Oder Wie sie mir in die Augen schaut Wie sie mich anfasst Und Ist sie in ihrer Beziehung Offensichtlich dann ja nicht so sehr glücklich Ist sie auch nicht so Aber Was sagt sie denn Wie das weitergehen soll Das ist ja kein Kein Zustand so wie es jetzt läuft Ja das ist unser Problem Und zwar wir haben uns heute getroffen Weil wir die Sache beenden wollten Das ist jetzt schon das dritte Mal Aber Weil es war so Wir waren am Wochenende weg Ähm Mit ihrer Freundin Ich war eigentlich Noch mit einer anderen Freundin weg Und Ihre Freundin Die hat halt nicht mit mir gesprochen Weil sie mich jetzt Auf dem Tod Sage ich mal Nicht leiden kann Aber Aber die geht immer noch davon aus Dass da nichts mehr läuft Zwischen euch beiden So ist es genau Und dann hat sie aber Ein bisschen was getrunken Und sich gelockert Und dann Ist sie auf mich zugekommen Und Hat auch mit mir gesprochen Was sehr verwunderlich war Ja Und dann war sie Wirklich schon so getrunken In der Früh Dass sie gesagt hat Ich kann auch zu denen Mit in die Wohnung kommen Ach Das hat die Freundin Deiner Geliebten gesagt Genau Weil sie mir wieder vertraut hat Und ihrer Freundin Und dann Dann Sind wir in die Wohnung gegangen Und sie hat sich ins Bett gelegt Weil sie so müde war Und Währenddessen Waren wir im anderen Zimmer Und dann Ja Sind wir uns näher gekommen Und es ist fast alles eskaliert Und dann bin ich halt Schnell gegangen Das heißt Ihr hattet Sex In In der gemeinsamen Wohnung Fast Also es ist Gott sei Dank Nicht dazu gekommen Währenddessen Schlief die andere Schlief die Freundin Deiner geliebten Nebenan Ja Heftig Krass Und das Schlimme ist Das was wir haben Ich würde schon sagen Dass es Eigentlich auf Gefühlen Aufgebaut ist Weil wir haben ja Keine sexuelle Affäre Weil wir haben bis jetzt Ein einziges Mal Miteinander geschlafen Achso Achso Ich dachte Da wäre schon viel mehr abgegangen Nein Und Würdest du denn gerne Mehr Sex mit ihr erleben Ja schon Aber das geht halt nicht Weil ich Für so was wie ein Doppelleben Weil bei mir weiß das keiner Dass ich irgendwie jetzt Mich umorientiert habe Sage ich mal Aber du Ich hoffe Das haben wir noch gar nicht besprochen Ich hoffe nicht Dass du auch noch In einer Beziehung Mit einem Mann bist Nein Dann wäre es ja noch komplizierter Genau Wenn du jetzt Wenn du jetzt Den Wunsch formulieren könntest Würdest du sagen Ich würde am liebsten Mit der Frau Richtig zusammen sein Ja ich würde wirklich Alles was wir tun Alles was wir tun Aber ich Ich bin mal so Ich bin jetzt auch Auf Wohnungssuche Und ich kann ihr halt Im Moment auch Überhaupt nichts bieten Weil Du wusstest auch nicht Ich weiß Aber ich habe halt so Das Gefühl Weil irgendwann Als noch bei meinen Eltern Ich bin Studentin Wie alt ist deine Freundin 24 24 Also ich will dir mal was sagen Wenn das jetzt schon so lange läuft Da ist ja wohl Irgendwas ist da ja nur wirklich Zwischen euch beiden Dann Und ihr schon dreimal versucht habt Schluss zu machen Und es funktioniert nicht Und du mir sagst Dass du eigentlich sehr In diese Frau verliebt wirst Und gerne mit ihr zusammen sein würdest Dann ist es eigentlich An deiner Freundin Dass sie eine Entscheidung fällen muss Weil sie Sie betrügt ihre Freundin Sie verhält sich nicht aufrichtig Sie muss eigentlich etwas tun Entweder muss sie So klar sich entscheiden Dass sie sich trennt von dir Oder sie muss sich von ihrer Freundin trennen Auch wenn sie zusammen wohnen Auch wenn sie ein Konto haben Millionen Leute haben das Und haben es dann auch geschafft Sich zu trennen Ja ich glaube Sie haben Angst davor Weil sie nicht so selbstständig sind Natürlich ist das immer schlimm Vor allem wenn man sechs Jahre zusammen war Aber dieses ist auch kein Weg Den ihr da geht Ja ich weiß Über kurz oder lang Eskaliert das irgendwie Irgendwie eskaliert es Das heißt Das könntest du Finde ich schon Ihr auch noch klarer machen Sag doch einfach Dass es dein Traum ist Mit ihr zu leben Vielleicht ist sie noch Ein bisschen unsicher Was sich da mit dir einhandelt Sag ihr das doch Hast du es dir schon mal So klar gesagt Ja eigentlich nicht so richtig Weil ich wollte Das jetzt eigentlich Alles so laufen lassen Um ihr ein bisschen Zeit zu geben Ach das ist schon so viel Zeit Ja aber es ist schon so viel Zeit vergangen Ich würde sagen Sag ihr das wirklich klar Das ist ja noch kein Unterdrucksetzen Aber damit sie wirklich auch weiß Wo sie emotional dran ist bei dir Hm Okay Sophie jetzt muss ich Schluss machen Die Sendung ist vorbei gleich Alles klar Alles Gute Alles Liebe Vielen Dank Toll, toll, toll Tschüss So in der Technik Waren Johanna Knurra Und Owe Petersen Morgen gibt es wieder eine Sendung Ein Uhr Radio 1.5 Ein Uhr wieder Fernsehen Und am Samstag Bei mir um Viertel vor 12 Nadel Bis dahin Tschüss